Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Crypto-Denis mit einem kurzen und neuen Crypto-Update. Heute ist Sonntag, der 11.07.2021 und heute geht es ausschließlich um Bitcoin und Ethereum. Wirklich, das wird wirklich ein ganz kurzes Video, mehr oder weniger ein Trade-Video oder meinen Marktschritte, wo ich jetzt als nächstes mache. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Bis zum nächsten Mal. So, hier sind wir bei Bitcoin und wenn ihr eine ausführliche Analyse wollt, dann schaut bitte das letzte Video an. Das poppt jetzt auf, denn hier geht es wirklich nur um die nächsten möglichen Marktschritte. Und hier sind wir auch schon, wie gesagt, bei Bitcoin drin. Ich gehe davon aus, dafür gucken wir ganz kurz das Daily an, die Daily Candles an und ich gehe davon aus, dass wir hier ein mögliches Falling Wedge bilden, was jetzt demnächst zu einem Ausbruch führen könnte. Ja, die Betonung liegt auf Könnte. Dazu gehen wir mal wieder in die 4-Stunden-Candles rein und ihr seht jetzt schon in gelb, in klein, dass wir hier ein mögliches kleines Falling Wedge bilden. So, was wäre hier jetzt die Trade-Möglichkeit? Die Trade-Möglichkeit wäre, wenn wir diese gelbe Linie, ich zeichne es mal ganz kurz ein, wo er etwa ausbrechen könnte. Er könnte zum Beispiel hier in etwa ausbrechen. Und das Ziel wäre, das 100%-Ziel dieses Falling Wedges, ich suche mal ganz kurz das Ding, wäre hier. Das wäre die 36.434 in etwa, ja genau, 36.450 in etwa. Das wäre das 100%-Ziel dieses kleinen Falling Wedges. Aber ihr seht, wir würden dann gleichzeitig dieses große Falling Wedge nach oben dann durchsprechen. Wo dann womöglich nochmal zum Punkt D des Bearish Butterfly kommen könnte. Wie gesagt, schaut euch das letzte Video an. Da habe ich alles genau erklärt, warum das so passieren könnte. Wichtig ist, es handelt sich bei diesem Marktschritt nur um dieses Falling Wedge. Denn um hier drüber ein Trade zu eröffnen, braucht es die Daily Candle. Das heißt, ein Schluss über dieser lila Linie hier plus ein Retest wäre für mich die Möglichkeit, die Long zu vergrößern. Wie ihr wisst, ich bin schon in der Long drin. Denn würde dann hier bei einer anderen Börse, also ich habe jetzt bei Bybit diese Long, würde dann bei Femix eine neue Long eröffnen für diesen kleinen Trade. Würde dann beide, sollte mir eine Daily Candle drüber schließen über der lila Linie, würde ich dann auf jeden Fall die alte Long vergrößern. Die kleinere Long werde ich wahrscheinlich hier in diesem Bereich, oder kommt drauf an, vorher kommt drauf auf die Marktstruktur an, auf jeden Fall in diesem Bereich schließen. So, da habt ihr schon mal meine Marktschritte für Bitcoin. Wir schauen uns ganz kurz nochmal an, wie morgen das Weekly Pivot starten könnte. Und da wären wir hier bei 33.637, ja. Also das ist hier der Punkt, wo morgen womöglich das Weekly CPR oder Weekly Pivot hier, ja, anfangen könnte. Aber mehr dazu im morgigen Video. So, das war es eigentlich schon zu Bitcoin. Kommen wir ganz kurz zu Ethereum. Willst du auch lernen, wie man tradet, beziehungsweise die technische Analyse anwenden, dann komm einfach in unseren Telegram-Kanal, in den Krypto-Talk und schreib Kevin oder mich an bezüglich der Bull vs. Bass Academy. Das findet ihr einfach unten, ich will nichts gratis, einfach unten unter dem Video findet ihr diesen Text. Und hier sind die Telegram-Gruppen. Einfach joinen und uns anschreiben. Weiterhin könnt ihr uns unterstützen, indem ihr euch mal bei den Femmics anmeldet. Das sind auch unsere Börsen, auf denen wir traden. Und ihr würdet uns natürlich damit sehr unterstützen. Da gibt es immerhin bis zu 810 Dollar Bonus. Der Verein, also die Bull vs. Bass Academy, kommuniziert über Discord. Ist ein ganz einfaches Chat- oder Kommunikationsprogramm. Hier haben wir verschiedene Bereiche, wie unsere Setups, wie Analysen, ob es Forex ist oder Altcoin ist. Hier gibt es Chats für die Community, der Education-Kanal und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt einfach Kevin oder mich im Krypto-Talk unter Telegram an. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass hier bei Ethereum eine Wolf-Wave gebildet worden ist. Mit dem ersten Ziel bei dieser Linie. Die wurde nicht ganz getroffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir diese Linie auf jeden Fall irgendwie demnächst treffen könnten. Nichtsdestotrotz habe ich auch im letzten Video gesagt, wir könnten hier nochmal einen Retest erfahren in diesem Bereich, bevor er dann wirklich auf diese 100%-Linie unten aufprallen könnte. Ich persönlich würde hier eine kleine Lange öffnen, wenn er diese Linie bricht nach oben. Jetzt gucken wir uns kurz das Ziel an. Das Ziel wäre, je nach Ausbruchspunkt hier, wäre 2244. Ich persönlich würde es so einteilen. Gucken wir uns mal kurz an. Das wäre Ziel 1. Und das wäre Target oder Ziel 2. Und da oben ein Retest auf dieser Linie wäre Ziel 3. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann er da oben auftrifft für den Retest. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Zoomen wir noch ein bisschen dran, dass ihr das auch besser seht. So, da seht ihr, dass mir ein... Eigentlich ist es ein Bearish Panent eher. Nichtsdestotrotz würde ich hier eine kleine Long wagen, um hier oben dann wieder meine Position... Ich habe ja hier schon Kohle genommen ein bisschen, das habe ich auch gesagt. Und ich würde dann in diesem Bereich hier oben meine Short wieder auf den alten Stand machen und würde mein SL auf jeden Fall in diesen oberen Bereich setzen. Sollte er wirklich da oben durchbrechen, dann ist der ganze Trade natürlich dann 0 auf 0, weil ich hier unten ja schon Profite genommen hatte. Dann ist es halt so. Also, das sind ja alles nur Wahrscheinlichkeiten. So, das war es schon. Ich wollte das Video wirklich so kurz wie möglich halten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Euer Krypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.